Was ist das hier eigentlich? Ich kann das ja weder... Oh, ich kann das zukaufen. Okay, hier unten geht nicht. Ach du Heilige! Connect blue to blue and pink to pink. Ich muss ja die ganzen Hangars noch bauen. Ah, scheiße. So. Mach mal. So. Scheiße, ich habe ja ganz die Hangars vergessen, Mann. Scheiße, Scheiße, Scheiße. Scheiße, Scheiße, Scheiße. Scheiße, Scheiße. Scheiße, Scheiße. Fünf Vehikel, drei Vehikel. Moment, Cancel. Taxi-Way, Taxi-Way. Und dann können wir das nämlich einmal da hin bauen und einmal da hin. Hier oben würde ich es dann fast genauso machen. Dann hätten wir aber nur ein Ding zum Durchfahren. Okay, okay, dann machen wir das alles mal weg. Jetzt können wir eh dazukaufen, ich dackel. Ich würde da einmal Taxi-Way reinpassen. Nein, okay. Wenn wir jetzt hier oben nochmal drei von denen bauen würden. Ich mache jetzt einfach mal so. Dann können wir uns ja aussuchen, wie wir das bauen. Ja, so kann ich das lassen. Dann bauen wir hier, da geht es nicht. Dann würde es wieder gehen. Dann bauen wir es so. Boah, wir haben hier A2. Was soll ich das hier mal umändern zu W. Dann werden die Kleinen nämlich zu B. So. So. Weil, dann könnte es im Grunde schon mal losgehen. Und dann würden wir das dem Grunde geben. Ich weiß nicht, wie wir das nicht. Ich bin mir, dass ich das rauskaufe. Dann kann ich es nicht. Dann kommt einem ein Rode-Bone. Okay, das macht das zu. Hier haben wir ja nichts Neues. Zones haben wir auch nichts Neues. Was sind die V-Ports? Ach so heilige. Staff Info. Double-click to locate this worker. Aha. Sektoren. Das ist einfach nur ein Sektor. Non-Secure? Secured by Non-Security Zone. Wait, what? Muss die Security Area davor schon sein? Nein. Scheiße, stimmt. We saw the effect that knowledge emitter objects have not... Aha. Okay, wir nehmen jetzt einfach mal... Woher weiß ich jetzt, wer... Wer kleine... Dinger nehmen kann und wer nicht. Ah. Ja. Okay. Minimum Gate x Large. Standard. Was? Boeing 707 geht ins Standard. So, was ist 150? Und was ist 90? 90. Okay, das ist 90, 150, 240. Okay. Das ist 90, 150, 240. hat es 50, 240. Hier können wir alle bis auf die... alle bis auf die 7 6 7 also das 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 war schon 11 flüge extra large extra large standard 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 also 707 737 und im prayer im prayer 737 737 im prayer du heilige das größer ziehen bitte nein nicht viel moving oh 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 Morgen, Mitte, Abend, Mitte, 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 Abend, ach du Heiliger. Jetzt müssen wir das minimalisieren, das ist auch klein, das ist groß groß, Benchcraft ist dann noch viel kleiner, und den da hinten dran. Die Benchcraft ist auch klein, das ist auch klein, ach du Heiliger. Das ist auch klein, das ist auch klein. Das wir hier in einen normalen rein kriegen. So, wir können ja nur die zwei jetzt erstmal nehmen. Okay, los geht's. Oh mein. Assign to Vehicle, Slot 1. Garbage. Ach ne, Quatsch, Baggage, nicht Garbage. Baggage, Baggage, Baggage. Baggage. Oh, dann kommt Fuel, Fuel, Fuel. So, dann kommt hier, nein. Dann kommt hier, Baggage, Baggage, Baggage. Baggage, Fuel, 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 Fuel. Hier auch nochmal. Hier auch nochmal. Gut. Gut Gerät. Dann geht's noch alles.